Ich muss also in den Park. Das heißt, ich muss wohl durch diese total vertrauenswürdige Tür hier. Schön. Hallo. Wer ist da noch? Alles der da. Hallo. Hallo. Nein. Nein. Noch jemand? Da. Da, 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 da. Au. Ey, was ist denn hier los? Ich wollte gerade, ich wollte gerade was sagen und eine Pause einlegen und dann kommt schon wieder der Nächste an. Ich wollte sagen, die Typen erinnern mich vom Sound her so ein bisschen, also für einen kurzen Moment haben die mich vom Sound ein bisschen an der Kommentar erinnert. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber es ist einfach so. Oh. Wow. Stopp. Stopp. Lasst ihr mich in Ruhe? Ihr seid drei. Und okay, ihr seid zwei. Und ich weiß nicht, wohin ich laufe, weil ich rückgast laufe. Aber das ist eigentlich doch völlig kack egal, oder? Aber, denn du lutscht, du lutscht jeden Moment das hier. Ich sollte mal mir wieder so eine Spritze ranpfeifen, aber ich glaube, dafür gehe ich lieber hier ein bisschen weiter zurück. Man weiß ja nie. Verdammt. Perfekt. Was für löd ist, die geben mir wirklich gar keinen Laut von sich, wenn die angerannt kommen. Hey, das ist wieder so ein Boner-Ding. Bin ich hier sicher? Aha. Schaufel. Brauche ich die? Ja. Cool, ich darf gleich was aufbuddeln. Oder irgendwen. Ist das gut? Oder habe ich das Ding jetzt im Inventar als... Okay. Verdammt. Aber hey! Ich bin doch nicht zu blöd für dieses Spiel. Ach, ich soll jetzt hier irgendwo ein Loch graben, oder was? Oder wie? Ach, da sind ganz, ganz viele... Da, 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 da. Okay. Wo fangen wir denn an? Wenn wir hier sind, würde ich sagen, das da. Also, nach unten rechts. Also, hier. Da, wo dieser Grafikfehler ist. Da, wo die Textur ist. Da kann was sein. Oder auch nicht. Aber ich bin doch genau da, was die wollen von wo ich sein soll, oder? Oder hier bei dieser total coolen Textur. Nö. Oder ich nehme die Tür. Nicht. Was ist das? Nichts. So, so. Noch eine Tür. Ich mag keine Türen. Ein Glück. Ich weiß, dass ich gerade ziemlich still bin. Aber es ist so meine Art, also lass mich. Das Ding kann ich auch nicht einschalten. Da kann ich auch nicht reingucken. Was ist das eigentlich für ein Magger? Ha. Da ist ein X. Da, 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 da. Was soll ich mit der Schaufel machen? Kann ich da reingehen? Ich muss das Ding doch, denke ich mal, irgendwo usen. Muss ich das Ding usen, um die Türen aufzuschließen? Nö. Das ist zumindest nicht für die Tür. Wollen wir mal, wo sind die andere? Wollen wir mich gerade ein bisschen sehr blöd und im Kreis gelaufen. Musik kann leiser. Danke. Aber bei der Tür waren wir doch gerade, ne? Ich rede von der anderen Tür. Das sieht so verdächtig aus. Hm. Munition. Geil. Danke. Echt. Habe ich das Ding noch? Ja. Lass mich raten, wir müssen einfach den Boden absuchen. Nach so Stellen wie eben, die irgendwie aussehen als könnte man... könnte man da was vergraben. Nein, nicht. So wie hier. Es ist eine gemütliche Nacht und wir schlendern ein wenig umher. Ha, und das, obwohl wir nicht mal Slenderman spielen. Ich weiß, der war schlecht. Hier drunter? Kann ich das Ding wegschieben? Ich meine, das sieht doch irgendwie komisch aus und verdächtig. Wer weiß. Warte mal. Warte mal. Wollen wir jetzt den Xen nachgehen? Weiß ich nicht, wo wir gerade waren. Was ist das? M16-Magazin. Schnieke. Oho. Schnieke. Kann man da nur zusagen. Ich höre mir auf bei dem scheiß Ticking. Was ist das mysteriöse Ticking-Noise? Snape. Snape. Severus. Snape. 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 Severus. Snape. Dumbledore. Nein, ich fange damit jetzt nicht an. Nein. Nein, tue ich nicht. Da. Ja. Ich weiß gar nicht, ich will gar nicht wissen, was mich beim letzten Loch erwartet. Um ehrlich zu sein. Auf Warte mal, wenn wir jetzt Glockenmunition haben, dann kann ich auch mal anstatt des Messers wieder hier das Ding nehmen, ne? So. Na, was mache ich denn? Ah. Also so. Ah, mit Gustav. Na, erstmal so. Damit ich nachladen kann. Ich meine so, damit ich nachladen kann. Aha. Schöne Sache. Ich raten, hier irgendwo könnte auch noch was sein. Ah, mit Waffe fühlt man sich gleich viel sicherer. Das ist einfach so. Und ihr seht schon, ich gehe professionell unsystematisch vor in der Suche. Ich bevorzuge einfach die Art und Weise sinnloses Rumrennen. Lass mich raten, da hinter ist auch noch was. Was sag ich, und hier wird irgendwas sein. Ich hab... Äh. Schlüssel. Inventurier voll. Ich denke mal, die können wir jetzt robben. Was? Fuck. Schlechter Scherz. Ach, Bettchen. Du bist wieder da. Ich will einfach nur diesen verkackten Schlüssel aufheben. So. So, hiermit lade ich mal nach, by the way. You got the entrance, okay? Ähm, jetzt so. Okay, warte mal. Bedenken wir, dass da wieder vielleicht viele Viecher sind. Äh, nicht das. Das, wenn hier wieder welche angeschissen kommen. Ja, aber das ist noch ein Bettchen. Sürft mich das hier? Bei den Einschuss warte ich noch ab und dann wechsle ich mich schnell zur Rifle. Okay. Kann man hier ruhig näher rangehen? Puh. Ich mag es nicht, wenn man um mich um nichts mehr sieht. Warte mal, warte mal, richtig. Oh, da können wir doch auch so machen. Aber ich glaube, das können wir auch ruhig. Jetzt muss ich nur noch wissen, was von diesen beiden Sachen der Entrance ist. Ist das der Entrance? Verdammt. Anscheinend nicht. Nope. Gehen wir zur anderen Tür. Die ganz woanders war. Guck, guck. Okay, da ist niemand. Dann wird das wohl die Entrance-Tür sein. Was? Was? Für ein Apartment. Da hinten? Wo kommt man denn hier in Apartments? Fabi maximal verwirrt. Auch ein wenig beängstigt, aber hauptsächlich verwirrt. Gibt es noch einen anderen Key? So, hier wieder durch. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.